Moin Leute, was geht? Heute gibt's mal ein Bike-Bild, in dem ich euch auch erklären werde, wie man das alles komplett zusammenbaut. Und damit ihr nicht verwirrt seid, das ist übrigens nicht mein Bike, sondern ich hab's für einen Kumpel gebaut. Wie man vielleicht unschwer erkennen kann, wird's ein Dirtjump-Bike. Und zwar ist es ein The Bruce von Rose, was komplett umlackiert wurde in so einen lila Metallic. Und folgende Komponenten haben wir verbaut. Eine Fox 36 Factory mit 100mm Federweg und 26 Zoll natürlich. Bei den Laufrädern haben wir die Noah Hubs Dirt Carbon mit 120 Klicks Nabe und alles in Rainbow Finish. Magura MT7 Pro Bremse mit 180mm Hobbremsscheibe. Shadow Interlock Supreme Kette. Maxxis Icon Reifen mit 2,35 Zoll Breite. Reverse Wink Sattelstütze, Reverse Wink Sattel und Reverse Wink Griffe. SRAM Enix Eagle Kurbeln mit 170mm Länge. Reverse Base Lenker in Titangrau. NS Bikes Quantum Light Vorbau und Reverse Black One Pedale. In der Beschreibung und in den Infokarten werdet ihr auch ein paar nützliche Anleitungen finden zu den jeweiligen Sachen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Zuerst bauen wir das Innenlager ein. Dazu müsst ihr zunächst die Breite eures Tretlagergehäuses ausmessen, um zu bestimmen, welchen Spacer ihr braucht. In dem Fall 73mm, das heißt wir brauchen den 4,5mm Spacer. Jetzt fetten wir die Gewinde vom Tretlagergehäuse auf beiden Seiten und schrauben dann das Innenlager ins Tretlagergehäuse. Montiert zuerst die rechte Seite mit der Innenlagerhülse und dann die linke Seite. Zieht dann das Innenlager von beiden Seiten mit 50 Nm fest. Und jetzt könnt ihr den Spacer in die rechte Lagerschale reindrücken. Nun könnt ihr die Kurbel montieren, dreht dazu vorher den Vorspannungseinsteller komplett nach rechts. Schmiert dann etwas Fett auf die Kurbelachse und ins Gewinde am Ende. Und auch in die Innenlager. Schiebt dann die Achse der Kurbel durch die linke Seite des Innenlagers. Schraubt dann die rechte Kurbel auf die Achse. Und verwendet hier ein Drehmoment von 54 Nm. Um das Spiel der Kurbel zu entfernen, drückt ihr die ganze Kurbel nach links rüber und dreht dann den Vorspannungseinsteller in Richtung des Pfeils bis zum Anschlag fest. Nehmt dann einen 2mm Inbus und zieht die Klemmschraube des Vorstellungseinspanners so weit fest, bis sich die beiden oberen Kanten berühren. Jetzt könnt ihr eure Pedalen montieren, schmiert dazu etwas Fett auf die Gewinde der Pedale und vergesst nicht die Unterlegscheibe zwischen Kurbel und Pedale zu setzen. Zieht dann die Pedalen mit einem Drehmoment von 35 Nm fest. Als nächstes bauen wir die Gabel ein. Wie genau man das macht, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Zuerst schlagt ihr den Gabelkonus auf den Gabelschaft. Ich nehme dafür ein 50mm Abwasserrohr. Die gibt es günstig in jedem Baumarkt. Danach schmiert ihr etwas Fett in euer Steuerrohr und zwar von oben und unten, dort wo wir gleich die Lagerschalen einpressen werden. Verwendet hier am besten ein spezielles Einpresswerkzeug. Die kosten auch nicht viel, um die 15 Euro. Oder wer es ganz billig haben will, der nimmt einfach eine Gewindestange und Unterlegscheiben. Aber achtet darauf, dass die Lagerschalen wirklich gerade ins Steuerrohr reingehen. Und die Lagerschalen müssen dann bündig mit dem Steuerrohr abschließen, heißt da darf keine Lücke mehr zwischen sein. Und falls ihr überhaupt gar nicht wisst, welchen Steuersatz ihr für euer Bike braucht, dann schaut euch am besten dieses Video an, in dem ich schon mal alles erklärt habe. Oder zur Not fragt auch euren Hersteller. Nun müsst ihr den Gabelschaft auf die korrekte Länge kürzen und dazu bauen wir zunächst provisorisch die Gabel ein. Dazu steckt ihr den Distanzring ins obere Lager, dann die Gabel durch den Steuersatz. Darauf kommt dann der Steuersatz-Deckel, die Spacer und zuletzt euer Vorbau. Drückt dann die Gabel bis zum Anschlag nach oben und macht euch dann eine Markierung auf den Gabelschaft. Zieht dann eure Gabel wieder raus und macht euch dann noch eine Markierung mit Tape 3 mm unterhalb der Markierung. Dann könnt ihr einen Rohrschneider oder eine Metallsäge verwenden, um den Gabelschaft zu kürzen. Ich persönlich bevorzuge da eher die Metallsäge, da sie nicht so ein Grat hinterlässt wie der Rohrschneider. Das heißt, solange ihr gerade sägen könnt, müsst ihr auch weniger feilen. Jetzt nehmt ihr euren Lieblingspflasterstein und entgratet damit eure Gabel. Oder alternativ könnt ihr natürlich auch eine Pfeile nehmen. Wichtig ist nur, dass der Gabelschaft von innen und außen gut entgratet ist. Jetzt könnt ihr die Gabelkralle einschlagen. Dabei hilft es, wenn ihr bereits eine Schraube in der Gabelkralle habt. Beziehungsweise gibt es dafür auch wieder ein spezielles Werkzeug, was ich euch unten verlinke. Und die Gabelkralle sollte ca. 5 mm im Gabelschaft stecken. Nun schmiert ihr großzügig Fett in euren Steuersatz. Und jetzt könnt ihr die Gabel endgültig einbauen. In der gleichen Reihenfolge wie vorher auch, zuerst den Deckel vom Steuersatz, Spacer, Vorbau und zu guter Letzt die Aheadkappe mit Spannschraube. Die Spannschraube zieht ihr auch als erstes an und zwar nur so leicht, dass die Gabel nicht mehr im Steuersatz rumwackelt. Und erst danach könnt ihr eure Vorbauschrauben anziehen. Doch bevor wir das tun, kürzen wir zunächst den Lenker. Ich denke da gibt es nicht viel zu erklären, außer dass ihr den nicht zu fest einspannen solltet, dass ihr das Rohr nicht zerdrückt. Wie ich zuvor ja schon gesagt habe, benutze ich viel lieber eine Metallsäge oder auch Bügelsäge. Es gibt aber auch spezielle Sägeführungen, die es einfacher machen gerade zu sägen. Und auch die werde ich euch nochmal in der Beschreibung verwenden. Sägen wir mal bei den Ruckelsatz und schüven mit Hohen. Wir werden es immer wieder insohli, wenn ich irgendwie gut verstehe. Wir werden es mit Hohen ab. Jetzt machen wir noch mal etwas verschiedene Böder. Fus άλλ. Ich mache das Böder und lege. Jetzt gibt es ja tatsächlich schon ein bisschen Coci und ein Liefer hat. Jetzt montieren wir den Lenker. Achtet dabei auf die Orientierung des Klemmbügels vom Vorbau. In unserem Fall sind zwei Markierungen auf den Klemmen, diese müssen nach oben zeigen. Beim Vorbau ist es auch wieder wichtig, dass ihr die Schrauben mit dem korrekten Drehmoment anzieht. Bei unserem Vorbau sind es 7 Newtonmeter auf allen Schrauben. Beachtet bei eurem jeweiligen Vorbau die Angabe des Herstellers. Manchmal sind aber auch die Angaben zum Drehmoment direkt auf dem Vorbau eingraviert. Außerdem müsst ihr die Schrauben der Gabelschaftklemmung immer abwechselnd anziehen, solange bis der Drehmomentschlüssel auslöst. Als nächstes montieren wir die Bremsscheibe und verwendet ihr auf jeden Fall mittelfeste Schraubensicherung, denn ich habe schon oft genug gesehen, dass sich bei anderen einfach die Bremsscheibe gelöst hat und die dann rumgeklappert hat, was im Endeffekt dazu führen kann, dass die Schraubenköpfe einfach abgeschert werden beim Bremsen. Außerdem müsst ihr die Schrauben über Kreuz anziehen und achtet hierbei auch wieder auf das richtige Drehmoment. Bei unseren Hope Bremsscheiben sind es 5 Newtonmeter. Nun kurzen wir noch die Sattelstütze, damit wir diese weit genug in den Rahmen einführen können. Im Prinzip genau dasselbe wie beim Lenker. Übrigens solltet ihr das bei einer Variostütze nicht tun. Wow! Der Schlitz der Sattelklamme muss an derselben Stelle sein wie der Schlitz von eurem Sattelrohr. Bei manchen Bikes ist dieser auch nicht hinten, sondern leicht schräg an der Seite. Im nächsten Schritt montieren wir die Räder, das sollte jeder wissen wie das geht. Wobei es bei Steckachsen unterschiedliche Systeme gibt. In unserem Fall werden Steckachse und die Klemmschrauben alle mit 2,2 Newtonmeter angezogen. Jetzt montieren wir den Bremssattel, achtet dabei auf die richtige Orientierung des Bremssatteladapters. Und jetzt einfach die Schrauben rein, richtig? Falsch! Sobald ihr einen Bremssatteladapter benutzt, müsst ihr drei Unterlegscheiben unter die Schraube legen. Zuerst die flache, dann die mit der Senkung und dann die mit dem Kegel. Jetzt aber rein da! Schraubensicherung nicht vergessen! Dann könnt ihr eure Bremsleitung verlegen und schon mal den Hebel am Lenker befestigen. Dann bauen wir die Kette ein, achtet hierbei auf die Laufrichtung eurer Kette. Um die korrekte Länge der Kette rauszufinden, zieht ihr die einmal straff. In unserem Fall ist es dieses Kettenglied, aus dem wir den Stift entfernen müssen. Press dann mit einem Kettenglied er den Stift raus. Nun könnt ihr eure Kette verbinden, dazu presst ihr einfach den Verschlusspin in das Kettenglied. Das nun verschlossene Kettenglied sollte sich leicht bewegen lassen. Falls nicht, habt ihr den Verschlusspin zu weit oder zu kurz reingedrückt. Zum Schluss könnt ihr dann eure Kettenspannung einstellen, indem ihr die Einstellschrauben benutzt, um die Ausfallenden nach hinten zu schieben. Nun müssen wir nur noch die Bremsleitung kürzen und danach die Bremse entlüften. Nachdem ihr die Leitung auf die gewünschte Länge gekürzt habt, entfernt ihr die Achtermutter am Bremshebel. Press dann einen neuen Insert Pin in das Ende der Bremsleitung. Dann schiebt ihr zuerst den Knickschutz, dann die Mutter und dann die Olive auf die Bremsleitung. Steckt diese bis zum Anschlag in den Bremshebel und zieht die Mutter mit einem Drehmoment von 4 Nm wieder fest. Jetzt entfernt ihr die Bremsbeläge und schraubt die Sicherungsstifte dann wieder in den Bremssattel, damit ihr die Kolbensicherung einbauen könnt. Die verhindern, dass beim Entlüften die Kolben nicht aus dem Bremssattel gedrückt werden, weil wenn das passiert, dann läuft alles aus. Nun befüllt ihr die Spritze, die am Bremssattel angeschlossen wird, mit Bremsflüssigkeit. Und schraubt sie dann mit dem Adapter in den Bremssattel. Die andere Spritze für den Bremshebel steckt ihr einfach oben in den Entlüftungsport. Die erkennt ihr übrigens daran, dass sie oben ein kleines Loch hat. Und dann pumpt ihr die Bremsflüssigkeit so lange hin und her, bis keine Blasen mehr aus dem System kommen. Und statt nur die Flüssigkeit hin und her zu drücken, könnt ihr auch gerne mal ziehen. Das erzeugt nämlich ein Vakuum, das dafür sorgt, dass sich die Luftblasen ausdehnen und die bekommt ihr so leicht heraus. Ich empfehle euch aber auch das Tutorial von Magura nochmal anzugucken, denn da wird alles nochmal ausführlicher erklärt. Reinigt dann nochmal gründlich den Bremssattel und auch den Bremshebel, denn dort sollte kein Öl mehr drauf sein. Danach könnt ihr eure Bremsbeläge wieder einbauen und dann macht etwas Schraubensicherung auf die Sicherungsstifte. Leider sind einige Aufnahmen verloren gegangen, weil GoPros immer so super funktionieren. Jedenfalls müsst ihr noch euren Bremssattel mit 6 Newtonmeter befestigen und auch so ausrichten, dass die Bremsscheibe nicht schleift. Aber ich denke, das zeige ich euch dann ein andermal. Damit sind wir jetzt fast am Ende. Jetzt müsst ihr noch Griffe und Sattel montieren. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere dazulernen. Wenn ihr noch Fragen oder Tipps habt, dann schreibt mir gerne Kommentare. Ihr könnt mich aber auch über Instagram oder Discord anschreiben. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß beim Selberschrauben und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!